Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Gegenstandshop vom 18.04.2021. Bevor es damit losgeht, Freunde, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht, zu über den Glocke zu aktivieren und dann switchen wir in den Shop hier. Let's go. Was haben wir hier heute am Start? Okay, was ist das denn, Digga? Okay, alles klar. Ein paar wiederkehrende Skins sehe ich gerade. Sehr viele wiederkehrende Sachen. Ansonsten kein besonderes Paket. Wir fangen im täglichen Bereich an und arbeiten uns natürlich weiter. Wir haben hier einmal den Emote von gestern, der ist wieder zurück. Dann geht es auch schon weiter zu dem Emote hier unten. Der ist nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier Rückpaddler nach 60 Tagen wieder zurück. Wir haben hier den Emote nach 70 Tagen wieder zurück erhalten. Wir haben hier den Bullseye-Skin nach einem Monat wieder da. Und diesen Skin nach 51 Tagen. Dann geht es hier hin, Freunde. Wir haben das Chaos-Paket hier am Start. Nach einem Monat und 18 Mal insgesamt im Shop. Dann geht es weiter zu Victoria's Signed oder wie die heißt, inklusive der Spitzjacke nach 38 Tagen wieder da. Dann haben wir hier den Killer-Auftrag als Skin und alles was dazugehört nach 115 Tagen wieder zurück. Dann geht es hier nach oben. Hier haben wir diesen einen Seestern-Skin zurück nach 113 Tagen. Was mich freut, dass die Maki-Meisterin wieder da ist mit einer der geilsten Skins meiner Meinung nach. Von allem was dazugehört natürlich auch die männliche Version nach 41 Tagen wieder da. Dann geht es, beziehungsweise was auch wichtig ist, was ihr wissen solltet. Der Sushi-Meister an sich ist nach 444 Tagen zurück. Also extrem selten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Dann geht es hier nach oben, Freunde. Wir haben hier den Atlantis-Fischstäbchen-Skin zurück nach 37 Tagen. Sowohl haben wir auch den Armee-Fischstäbchen-Skin nach 32 Tagen wieder da. Dann haben wir den normalen Fischstäbchen-Skin da. Und zwar nach 22 Tagen. Und heute neu haben wir hier Prinzessin, Fletchy, Fischi, Zauberstab des Wassers und Königsblau als Lackierung. Man muss sagen, dass heute auf jeden Fall äußerst interessante Sachen am Start sind. Ich sage es euch, wie es ist. Den Skin würde ich mir hier nicht holen. Finde ich jetzt persönlich nicht so nice. Wir switchen in Reality-Welt-Modus und checken dann dort nochmal ab, was da aus der Wildnis denn so abgeht. So, nach dem Lama-Shop haben wir das legendäre Trollschatz-Lama für 500 V-Bucks. Im Gegenschein-Shop haben wir auf der linken Seite einen neuen Skin inklusive eines Granatenwerfers. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus, haut rein, gehen wir mit euer Fraps und ciao.